Musik Wir sind spezialisiert auf die Behandlung von insbesondere venösen Erkrankungen, das heißt Krampfadererkrankungen, Besenreißer, Erkrankungen im Bereich auch des tiefen Venensystems. Wir als Firma MediDoc sind der Hersteller des MediDoc Bild- und Dokumentenarchivs, welches in der Praxis schon seit vielen Jahren eingesetzt wird. Die Praxis setzt jetzt seit kurzem unsere neue Softwarelösung MediDoc Mobile ein, um auf Basis von Windows-Tablets Fotos zu machen und näher am Patienten diese Bilder mit den Patienten besprechen zu können. Die Patienten reagieren sehr, sehr positiv auf diese Form der Dokumentation, weil sie auch viel besser verstehen letztendlich, was an Untersuchungen gemacht wurde, was es bedeutet, was auch ein wenig jetzt so die Konsequenzen daraus sind. Es ist für die Patienten sehr, sehr viel einfacher, diese weiteren Prozesse nachzuvollziehen. Die Patienten können sich eigentlich schon vorbereiten auf das, was auf sie zukommen wird. Die kommen natürlich mit einem gewissen Grund zu uns. Sie wissen, sie haben eine Venenerkrankung und möglicherweise endet dies in einer Operation. Die Patienten sind heute auch schon vorgebildet. Sie haben im Internet recherchiert und wissen, dass es moderne Techniken gibt. Und hier bieten wir Ihnen kompakt für den Wartezimmer die Möglichkeit, moderne Techniken, die wir hier erfolgreich anwenden, kennenzulernen. Wir haben uns bei der Entwicklung der MediDoc Mobile App ganz bewusst für Microsoft entschieden, sprich Windows 8.1. Wir gehen davon aus, dass sich die App dadurch sehr einfach in die bestehende Infrastruktur in den Praxen oder den Kliniken integrieren lässt. Der große Vorteil ist, dass wir gemeinsam mit dem Patienten vor diesem Tablet sitzen, die Befunde seiner Erkrankung diskutieren können, vorher, nachher Bilder, frühere Befunde mit dem jetzigen vergleichen können und den Patienten erläutern können, warum wir welche Behandlung durchführen wollen. Die neue MediDoc Mobile App dient letztendlich dazu, diese Bilder auch auf tragbaren Geräten anzuzeigen und mit dem Gerät eben auch ein Foto ins Archiv übernehmen zu können. Mit diesem mobilen System kann ich relativ rasch meinen Kollegen aufsuchen, ihm die Befunde darlegen und ihm um seine Meinung bitten. So wie ich früher Operationspläne in Papierform mit nach Hause genommen habe, habe ich mit diesem MediDoc Mobile eine Möglichkeit gefunden, um mich genau auf den nächsten Operationstag vorzubereiten. Die App kann nicht nur auf Tablets genutzt werden. Auf jedem Arbeitsplatz-PC in einer Praxis oder in einer Klinik, auf dem Windows 8.1 zum Einsatz kommt, kann die App ebenfalls installiert werden.